Ja, es ist an und für sich ein wunderschönes Wetter. Es hat zwar noch minus 2 Grad draußen, aber es soll ja in der Höhe oben etwas wärmer werden. Ja, also 2,5 Grad plus hat es und ich befinde mich jetzt hier am Annaberg auf dem Pass hier oben. So, jetzt ist es viertel elf Uhr. Ich befinde mich da bei der Talstation vom Bodenbauer Express auf ca. 804 Meter Seehöhe und werde da jetzt hinauffahren zur Mittelstation. Ah, herrlicher Tag heute. Wirklich wunderbar. Da hinüber eine Blickrichtung Maria Zell. Die Schneeverhältnisse sind ganz gut, so wie ich das jetzt aber beurteilen kann, aber das werden wir erst dann oben sehen, auf der Bergstation, beim Terz. So, und weiter geht's mit dem Zweiersessellift hinauf bis zum Terzerhaus. So, jetzt ist es ein Wetter. 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 Musik 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 Ob das Eis vom Erlaufsee noch trägt, das kann ich nicht sagen. Aber da ist es auch recht nett am Berneck. Da könnte man direkt einmal einkehren. Aber ich muss meine 4-Stunden-Karte ausnutzen. Keine Zeit dazu. Musik 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 G1 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 Vielen Dank.